was ist das? du 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 es kommt ja glaub auch ok woher möchte Timmy uns bringen? ja der kann es noch wieder zurück bringen zur Karten zu Haus yes behindert egal wir haben jetzt die Flagge hier aktiviert vorgut nein so unerwartet ja jetzt mal kein Butter spielt mit okay vorgut das ist ein Durchschnitt Anrufe erhöht Alter so vier Stück Autsch, da hätte ich besser blocken können was ist denn angehört? take that heilende Berührung auf jeden Fall hier ist ein Begleiter dran so kann er ein Gegenstand und seine schnelle Aktion verwenden und dann angreifen so kann er ein Gegenstand oder eine schnelle Aktion genau wenn er angreift dann die Runde für ihn wenn er also zuerst ein Gegenstand und dann oder seine schnelle Aktion killt Badis weiter sind für Fähigkeiten Hammer der Gerechtigkeit schweizern Hammer und seine genanke gepisst wird sehr gute Rüstung Hammer der Stürme Badis trifft alle Feinde die nebeneinander stehen mit dem massiven Schockschaden ich muss in die Rüstung gehen voll gut fühle meine rechte Fähigkeit wow juhu was wie kann ich das nicht blocken? hey look, du blut was macht er denn da? feindliche Angriffe gegenstände und deine eigene Fähigkeiten können Statuseffekte bei dem einen oder anderen bewirken wird sie untersuchen und mehr über den Statuseffekte erfahren okay ich blute ich habe Blut mal zwei ja untersuchen ich habe zwei Bluten noch fünf Züge okay halt rank voll gut dann Bluten wieder weg hm okay was mache ich jetzt für Leben haben die eine andere da kann ich jetzt schön mit dem normal drauf machen jetzt ein Schild schon mal weg wilde Macht was angewöhlt was warum konnte ich das nicht blocken aber das war heilende Berührung klar kann man immer mal wieder machen hm buttershammer machen wir den erstmal weg auch ach ich drücke immer die falsche Tasse zum blocken ich Spaß los luschen luschenbogen scherpriester ja vor dem briefs da habe ich Angst was bam 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 hm 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 halt halt heilende Berührung bitte hm 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 h hm 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 ja ich möchte Wasser trinken gibt's nicht fuck you Fähigkeit mach ich mal genau Juden nicht so ich denke schnell mit der linken monsters um den heiligen zorn zu befestigen okay zu betäubt ja was hast du für Fähigkeiten hast keine mana punkte mehr kommen wir drauf was er sagt älter ja können wir uns halt umgehen ohne spaß keine Berührung das zieht sich viel zu lang ne Fähigkeit immer noch nicht wow one hit biatch nice erstmal looten heiltrank Elfenohr wiederbedingungstrank stärketrank noch ein Elfenohr biertjes uuuh softpark voll geil vergess mir meine schieße die Questgeleiter öffne keine sorge drücke escape und will Hilfe ja was für eine Hilfe am Arsch so wow verdient aber ich möchte lang okay was gibt's hier noch Paparone voll gut ich brauche Jimmys Garageschlüssel das ist ja behindert Jimmys Hausschlüssel was ist das hier oh hier sind Sachen drin was ist das was ist das Mensch ist schon super voll geil im Wasserballon halte rein fritsch das ist echt schwarz bau kaputt nicht meine schuld nichts kaputt machen was ist denn das hier mit diesem komischen Ding da vorne was geht denn hier ist ja oh ach du kacke was was ich muss niesen was ist noch mit mir los ich hab noch nicht mal Apollenergie wie kann das so sein dann halt von Kenny alter okay home zwei neue Freunde voll geil okay mit dem linken Maust hast du auf den Sammeln Sammeln okay okay gefällt mir wenn du findest dass ich die schönsten meinten ganzen Land bin also wirklich Prinzessin Kenny du musst das nicht ständig posten voll gut ah hier ist auch voll viel Neues zum ganzen Jahr fick dich Neuer alles nicht gut bis du aufgetaucht bist dafür wirst du zahlen nicht das schwör ich okay klar das ist aus Zeit und Raum verbannt Leute niemand sitzt beim Essen bei ihm mir egal was für Fruchtsnacks er verteilt da das ist deutlich einfacher zu reden naja jedenfalls habe ich das Gefühl dass es zwischen dir und mir eine echte Verwendung gibt ja voll gut es gab mal 14 anderen gefällt das lol die ganzen notgellen Spasten was haben wir hier Tränke Aids kann ich das tragen ne bleibelt über den set ob du mir Banderas Lebenspuffe ne die Menschen tun sie auch voll geil Serverbrücke Langweilerbrücke ich gehe mal zum Minz-Ton so Top-We-Kin geil 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 einiger Ring ja ich bin mir anziehen alles klar alles klar alles klar alles klar Fähigkeiten Aufwertung verfügbar nicht Quests zu den Waffen ja ich werde immer noch den Lotto holen Schalter alle sind drei Schnellreiseflaggen frei ok Quest Schatz was denn für Schätze und hier muss direkt ein Schatz sein eine Farbe 3 Ausrüstung ok soll das hier sein oder wie was wird sie Donner werden oh geil erstmal einen Haufen setzen souverän scheiß auf ne was ach da ok alter der Soundtrack ne voll geil wer ist denn das alles klar alles klar ja ist in Ordnung halt's mal ok Betsy Donovan ich abschießen da ist da ist ein bisschen weirdo hängen in der öffentlichen storage ich gehe nicht zurück Loll. Oh. Red mit mir. Kack Spaß. Geh ich da rein? Ne. Ist hier noch irgendwo was? Da hinten ist die City Hall, voll geil. Okay, was gibt's hier? Ah, da looten wie ne wahnsinnige ohne Spaß. Ja, zerfetztes Plastik, alles klar. Nein, da sind Elfen. Geh die Feuer ausschalten. Oh, die sind jetzt schon vorher betäumt. Loll, goll. Fähigkeiten, was habt ihr denn so? Stopp schicken! Mann, ich kann mir jetzt eine TV sehen. Oh! Oh! Mann, der Stürmer. Voll geil. Genau, genau dahin. Wow! Kombi Plus, Kombi Plus. Ach! Du bist direkt dritten, Jan. Okay, wen verdammt man hier? Den kann ich dritte Strick wegmachen. Ach, den macht badass gleich weg. Nee, das mach ich mit meinem fucking Judenstab. Nein, das mach ich mit meinem Jujutsu. Wir machen das noch nicht, oder? Das ist immerhin, bitte halt. Immerhin. So, Buttershammer. Klop den weg. Baum! Zweimal Combo. Ach, der Buttersboot ist aber scheiß drauf. Autsch! Das hat bestimmt weh getan. Das hat bestimmt weh getan. Buttershammer. Hau mal drauf. Nein! Da hat tatsächlich noch fünf. Ist ja krass. Aber das... Ich darf... Das... Was? Wo darf ich noch? Ja, alf... Tatsächlich mal meiner. Ja, verpisst euch. Keine Chance. Looten. Die Kacke die gepinkelt hat. Alles klar. Wieder blieb uns dran. Spielzeugtruck. Geld. Spielzeugtruck. Alles klar, alles klar, alles klar. Geh ich hier rein. Geil. Oh, ich bin schon da. 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 Oh, guck, guck. Geil. Woher ist das nochmal? Wo? Ich weiß es. Ich weiß es. Kiste hoch. Hier muss doch irgendwas mit der Leiter zu machen sein. Tatsache. Ne, bringt alles nichts. Bringt alles nichts. Uh, da war noch eine Timmige Schnellreise auf Flagge. Das dürfen nicht vergessen. Ja, Fick Obst. Baseballkarten. Die Kacke die gepinkelt hat. Jetzt mal. Geh ihn an. Komm schon. Komm schon. Wo sind wir hier? Erstmal kaputt machen. Was zum Geil. Okay, ich hab noch einen Unterhuse gefunden. Portly Go. Was? Okay. Ja, normal. Okay, ich muss einen iPad zurückbringen. In der Nähe, alter Technik-Kram. Loi. Ha, voll gut. Technik-Kram. Loi, voll geil. Was ist denn hier noch im Schrank, ne? Kleiner Perversling. Raus hier. Dann müssen wir zur Kirche anscheinend. Können wir hier noch irgendwas machen? Ne. Schlafzimmer. Oh ja, das ist ein Badezimmer. Ja, jedes verkackte Badezimmer sieht einfach vollkommen gleich aus. Ohne Spaß. Papprolle, zeig das Papier. Ja, komm. Ach, bin ja der Kack. Gar keinen Bock da drauf. Ja, das war nur ein Feuchter. Ach, das war nur ein Feuchter, hm. Ja, Scherben mitnehmen. Komm! Ach, ich bin hier raus. Lotet nicht. Lotet nicht. Lotet nicht. Können wir noch in die Küche gehen und dann verpissen wir uns hier. gibt es nichts gabel stärker trink oder noch etwas vertragen aber noch mal aber noch mal was ist vor langweilig ja und ich muss ja es war jetzt nicht das spannende doch Ich glaube, das Haus wurde neu geschaffen, um eine Quest zu machen. Jetzt haben wir die Fahne. Voll gut. Jetzt auf die Map wohnen müssen wir. Wir sind da. Wir sind einmal da hoch zu Token und einmal hier. Gehen wir hier zur Kreuzung hoch und dann rechts. Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Zur Kreuzung hoch und dann rechts. Ich kann auch eigentlich die Schnellreiseflagge nehmen, oder? Können wir mal ein bisschen hier mit Tim erfahren. Genau, davon rede ich doch. So, ist hier lang? Oder wo bin ich? Quatsch. Ich kann auch da lang, ne? Ja, gehen wir mal rechts. Los. Wo zum Geil sind wir? Das muss jetzt hier irgendwo hochgehen. Das ist bei dem, worauf ich glaube, sie gießen. Ich will doch, ich will doch nur da hoch ohne Spaß. Kann ich auch schnell klettern? Nee. Ah, ich kann looten. Droidenrube. Wohin gehen wir jetzt? Wo sind wir? Soll ich schon wieder in ein Haus gehen? Das ist ein Haus, aber er ist jetzt nicht hier. Hey Leute, grab ein Bier und join me for Sportscenter. Ja, du hast genug geguckt. Nein, ich kann das gar nicht ausmachen. Aber ich wollte doch gar nicht lang. Und Spaß. Hat die Küche noch. Kühlschrank, kühlschrank. Gesundheitstrank. Tempotrank. Panflötenspieler. Voll gut. Ist noch was? Kann man hier noch draußen? Nee. Gym Pokémon.